Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Zusätzlich zum bekannten Cast gesellt sich dieses Mal, ich hoffe ich spreche den Namen irgendwie richtig aus, Ochitel Gomez, die man als America Chavez in diesem Film zu sehen bekommt. Und diese America Chavez hat die präsente Rolle in diesem Film, denn es geht hauptsächlich da auch um sie, denn sie hat die Fähigkeit, wenn sie irgendwie Angst hat oder so, öffnet sie unkontrollierbar ein Portal in das Multiverse. So weit, so gut. Der Film fängt halt damit an, dass sie mit einem Dr. Strange, nicht den Dr. Strange aus unserem Universum, von einem Monster gejagt wird und dadurch wird dieser Dr. Strange getötet und sie wird dadurch in ein anderes Portal, in ein anderes Universum, nämlich das, was wir kennen, zurückversetzt. Ja und dort trifft sie auch auf unseren, in Anführungsstrichen, Dr. Strange und ja, das Monster kommt auch durch das Portal und ja, dann gibt es erstmal eine schöne Klopperei und sie erzählt ihm erstmal alles, was gerade Sache ist und so und unser Dr. Strange will natürlich auch, wie man ihn kennt, helfen und sucht sich bei Wanda Maximoff, die man auch aus anderen Marvel-Filmen kennt, Hilfe, aber unsere Wanda hat ganz andere Pläne, so weit, so gut. Auf jeden Fall, das ist soweit das, was ich zu der Story sage. Kommen wir zu den positiven Aspekten des Films. Es sind krasse Bilder dort, ich habe den Film in IMAX 3D gesehen. Wow! Also die CGI fand ich auch richtig stark in dem Film und so generell, muss ich sagen, er ist mindestens so gut wie der erste Teil, nur halt mit mehr Action, so kann man das ungefähr zusammenfassen. Und der Humor kommt natürlich auch wieder nicht zu kurz, muss man ganz ehrlich sagen, der Humor ist auch wieder sehr gut, die Action ist sehr gut und der Film ist mit 2 Stunden und 6 Minuten für einen Marvel-Film auch relativ kurz. Daher hat der Film auch ein recht knackiges Erzähltempo, das muss man auch sagen. Also gefiel mir alles sehr, sehr gut. Deswegen negativ habe ich da auch eigentlich gar nichts so groß zu meckern. Da gibt es nicht viel Negatives, aber ja, so sieht das bisher aus. Also schaut euch den Film an, klare Anguckempfehlung. Und somit gebe ich diesem Film eine gute 4 Sterne. Er ist nicht so gut wie das Spidey-Film, aber er ist wirklich für das, was er ist, für den Doctor Strange-Film, richtig gut. Von daher kann man nur sagen, schaut euch den Film an. Klare Anguckempfehlung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch in IMAX 3D an, denn ich weiß nicht warum, aber es ist ein subjektives Empfinden von mir. Ich finde IMAX 3D gerade bei schnelleren Bewegungen irgendwie schärfer als Real 3D. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, wenn, dann könnt ihr jetzt mal in den Kommentaren schreiben. Aber ich finde, IMAX 3D finde ich einfach irgendwie bewegungsschärfer. Aber weiß nicht, vielleicht ist das ein subjektivstes Empfinden von mir. Von daher könnt ihr mir jetzt mal eure Meinung dazu sagen, ob ihr IMAX 3D besser oder schlechter findet oder Real 3D besser oder schlechter findet. Das könnt ihr mir dann ja gerne mitteilen. Ja, von daher kann ich diese Sache einfach kurz und knackig halten. Denn, ach ja, noch etwas ganz Wichtiges. Bleibt bis ganz, ganz, ganz zum Schluss sitzen, denn da werden noch Dinge in dem Film erläutert, die erläutert werden mussten. Von daher bleibt ganz bis zum Schluss sitzen. Das ist mir ja beim Marvel-Film ja sowieso mittlerweile gewohnt. Aber von daher, ganz zum Schluss kommt noch etwas ganz Wichtiges, was zu dem Film noch zugehört. Ja, das war es auch, was ich zu sagen habe zu dem Film. Nächste Woche sehen wir uns natürlich wieder. Ich weiß gar nicht, was diese Woche läuft. Also dieser großen Blockbuster war es jetzt auf jeden Fall nicht. Deswegen wird es mal wieder wahrscheinlich eine Überraschung werden, ob der Film gut oder schlecht ist. Aber so sieht das aus. Und übrigens, Werbung in eigener Sache. Mein Online-Shop ist online. Von daher, geht mal darauf. Der Link ist auch jetzt da drunten, bei den anderen Links dabei. Und falls ihr Interesse habt, holt euch mal ein paar tolle Klamotten. Das war es jetzt aber auch von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.